Ja, das ist interessant. Die Polizei hat keine Fahrzeuge, zum Beispiel so ein großes Mango, diese ganzen Ressourcen, wie wir sie kennen. Da kommt auch keine Feuerwehr, kein Krankenwagen, wenn irgendwie was ist, keine Polizei. Ich weiß, es gibt zwar die Feuerwehr, wenn sie kommen, aber einmal hat es gebrannt irgendwo, dann kam die Feuerwehr. Sie haben Wasser von zwei Schlüschen. Dieser Airbus verfügt über acht deutlich gekennzeichnete Notausgänge, die mit Rutschen ausgestattet sind. Zwei befinden sich im vorderen Bereich der Kabine, zwei vor und zwei hinter den Tragflächen, sowie zwei weitere Notausgänge im hinteren Bereich der Kabine. Diese sind mit Exit und Ausgang gekennzeichnet. Leuchtstreifen am Boden führt sie zu diesen Ausgängen. Das Airbus hat acht clearly marked Emergency Exit, die mit den Sleitern sind. Zwei sind in den Fronten, zwei in den Fronten, zwei in den Fronten und zwei in den Wings, und zwei weitere Emergency Exits in den höheren Parten von der Kabine. Die Emergency Exits sind mit dem Inward Exit. Die Strims auf dem Rollen will guide Sie zu diesen Exits. Bei einem Druckverlust fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Nehmen Sie zuerst Ihren Mund- und Nasenschutz ab. Ziehen Sie eine Maske herunter, drücken Sie die Öffnung auf Mund und Nase und ziehen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Atmen Sie nun mal weiter und hält Sie anschließend Kinder und anderen Mitreisenden. In the event of loss of cabin pressure, oxygen mask will automatically fall from the pedal above you. First, take off your face mask, pull down a mask, press the opening onto your mouth and nose and pull the elastic band over your head. Continue to breathe normally and then help children or fellow passengers. Jeder Sitz ist mit einer Schwimmweste ausgestattet. Ihre Schwimmweste finden Sie unter der Armlehne in der Business Class und in der Premium Economy Class. In der Economy Class befindet sich die Schwimmweste unter Ihrem Sitz. Nach unserer Anweisung nehmen Sie die Schwimmweste, öffnen Sie die Verpackung und ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf. Schließen Sie das Band vorne und ziehen Sie es fest. Erst, unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an diesem roten Griff, wodurch die Schwimmweste aufgeblasen wird. Die Weste hat außerdem ein Ventil, das zum Aufblasen und Ablassen von Luft genutzt werden kann. Die Signallampe leuchtet bei Kontakten mit Wasser automatisch auf. A live vest is located beside each seat in Business Class in Premium Economy Class and under each seat in the Economy Class. Only if instructed by your crew, take the live vest, open the packaging and pull the live vest over your head. Close the strap in front of you and pull it tight. Only before leaving the aircraft, pull the red handle to inflate the live vest. This live vest has one valve to inflate and release air pressure. The signal alarm lights automatically when it comes into contact with water. Diese und weitere Hinweise finden Sie auf der Sicherheitskarte in Ihrem Sitzbereich. Bregen Sie sich nochmals besonders die Lage der Notausgänger ein. These and other information can be found in the safety card in your seating area. Please make yourself familiar, especially with the location of the emergency exits. The signal alarm lights. Werten Sie außerdem regelmäßig einen Blick auf Ihre elektronischen Geräte. Sollten Sie bemerken, dass eines Ihrer Geräte beschädigt ist, heißen oder zu rauchen beginnen, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Kabinenbesatzung. Sollte Ihr Gerät zwischen einsichtsgefallen sein, so verstellt Sie in diesem Fall in Sitz nicht selbstständig, da dies zu einem Handrisiko führen kann. Alle Discover-Flüge sind selbstverständlich nicht Raucher-Flüge. Das gilt auch für elektronische Zigaretten. Auf dem nicht hermisch? Aufwärtsdauer, color, rufthansa und rufthansa. Hier ist die erste sehr leitende Anforderungen. Also bitte, 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 dass Sie bei der Leverhundung aus den Kantefer Industry zu verhindern. Wenn Sie sehen, dass man die Leverhundung von Schraubungen anordnungen von Ihren Sitzbereich befindet, werden Sie dann das Lantern umgehen, oder bei der Leverhundung am Kantefer zu vermeiden Sie. If your device falls between the sea, do not just easy to adjust your sea through yourself, as this can lead to a risk of fire. All discover flights are non-smoking flights. This also includes electronic cigarettes. Die Beweisende in Vorbereitung zum Start. Schalten Sie mit jetzt alle elektronischen Geräte mit Sendefunktion aus oder in den Flugmodus. Schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt, verstauen Sie Ihren Tisch und stellen Sie Ihren Sitz in die aufrechte Position. Öffnen Sie außerdem die Fensterbretten. Ab die Weitung fahren zur Sicherheit an Bord, dann rennen Sie bitte unbedingt an Ihre Crew. Wir freuen uns, wenn wir für Sie da sein können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Bye. We will also like to remind you to wear your mask mask during the entire flight. You might take the mask off while drinking and eating. Danni, let's get sure to wear your mask doubly and speak to the crew, thank you. We will see you next time.